Über 60 Bergseen gibt es im Salzburger Lungau, glasklar und frisch. Auf meiner Reise durch Salzburger Land treffe ich heute schon bei Sonnenaufgang Almbauer Wolfgang Kocher, der mir hier oben seine Heimat zeigt. Dem Lauf des Wassers folgend geht es hinunter zur Twengeralm, wo täglich die frische Milch der Kühe zu Butter und Käse verarbeitet wird. Und das mit ganz viel Liebe zum Detail. Eine Besonderheit ist der hausgemachte Ziebensirup, wie das riecht. Lungauer Almköstlichkeiten serviert an einem ganz besonderen Platz. Herz, was willst du mehr? Ziebensirup 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 Ziebensirup